Hallo Leifleid, ich bin mit mir hier, ich spiele weiter Minecraft-Adventure, also wir lassen die Mauer fertig sein, also werden wir direkt hier in den Fakten schaffen. Schon hier Päckchen holst, den ich wohl direkt verwandeln. Hier können wir ihn. Was machst du? Du hast das verzaubert. So wohl, der war hart. Osmium Sword, okay, nice. 2 Plus am Tag, das ist cool. Ja, stimmt, das sieht man auch immer mit einigen Eise-Schwertern, ich kann die Kräste und Metallen zusammenmischen. Ich misse mal vielleicht auch von den Ultraschwertern, Mann, du. Das wäre nicht schlecht. Ha, boah, weißt du, das wäre nicht schlecht. Also, in diesem Fall haben wir mal ein Sticks. Lass uns mal ein Snatch da rein. Und hier haben wir Päckchen Quell. Okay, dann haben wir direkt am Maximum, wo wir können. Lehen wir Sticks, hier ist es Zeit. Tollst du. Gehirn, Wasch. Ersatzschwert. Okay, aber wir beginnen an zu haben. AusJack. Okay. Jetzt haben wir die Funktion Fakle gefehlt, das sind einmal drauf, die einen noch, dann machen wir es auch. So, ich meine Schlussnummer 2 Sput. Wieder gesehen, da sind verschiedene Plätze, die mir schon nicht gefallen in der Mauer. Ja, das tut dann wirklich gut. Hey, wie war das denn so? Wahrscheinlich wenigstens den Boden. Ich weiß nicht, ob der Boden geriecht oder nicht unbedingt direkt. Ob wir keine Gänge ausgesehen. Voilà, besser. Ok, dann eins wieder, wer habe ich direkt die nächste Fakle? Ich kann es auch oben drüber stellen mehr. Nee. Ich will einfach die Spawner-Bausen an, damit die Spawnswölle runtergehen. Gut, dass wir noch ein Pätschenkabel haben. Okay. Ich stelle nicht vor allem. Voilà. Jetzt geht das da noch rup. Dann kriegen wir mal ein bisschen Luchtaubbänen. Ich weiß nicht, wie weit es direkt läuft, nicht unbedingt ganz viel, weil Luchtaubbänen nicht ganz weit geht. Aber in jedem Fall, wow, 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 wow. Mach mal los. Jetzt fangen wir mal an Pätschen zu bleiben. Also. Ich meine, in Anfang, Bonne werden sie noch mal Spawnen noch, weil wir hier noch ein paar Mal machen. Ich fand aber schon mal neidisch, weil die Werte sowieso hier bleiben. Und du nur kommst danach an der Mitte. Du wirst die meisten sicher nicht am Teich drinnen los sein. Ok, ich fange genau hier direkt so an. Voilà. Oh, das passt aber eigentlich mit der und 12 Faklen, wo wir gemäht haben. Zum zweiten Tag an der Nähe war mal nicht der Komplatte an. Dafür will ich positiv danken, dass der Tür geht. Okay. Jetzt ich gerade traue. Ich will mich schnell verkacken. Also Schülowheim haben vorhin eine relativ große Szenen geschrieben. Falls ihr da mal geschrieben habt, dann schnell darauf reagiert. Das geht mal nicht. Das ist wirklich einfach so. Was ist das? Wie ist das? Ich fahre schön selber. Ich geh da an. Dr. Schülowheim Das ist gut. Das ist gut. Ehm, ja. heute wollte ich zwar noch zu machen stimmt weil von schreit so mein kind ist so gut mit dem gerd noch vergrößern wird natürlich nicht wie direkt aus schmank geht aber nicht durch für euch zu schön gewirkt und hat heute schon durchgegangen ob jeder fall um die ganze perimeter mutter wohnen so gemäht oder dass nicht nicht ja nicht vergessen dass ein drinnen minne sind von was ziemlich schule not ganzer platz hat von gut sache aus ich muss doch passen von den ruf buddelt das sind aber drun denkt das ist also das vierde das sind mir einfach ressourcen könnt ok nun war gut stück gemäht das ganze stück rundherum nun bedenkt wir bereichen euch natürlich mehr koel vieler weiterzuführen schön immer weiß koel am industrieal schuppen ich müsste mit besseren nun gehen ich nenne das nur Albtag das ist Albtag Albtag Industries das ist cool effektiv äh ja schmank ich meinen sie auch alle gut direkt weil du dir nie genug facklen und auch wenn man das geht mehr wie doll auf die mauer mir schalende tut nahe aber lieber mal so ein bisschen weil weil das weiß ich nicht ich werde einfach mal die Felde bis überall bedecken dass man immer noch genervt gehen ovis es wäre gut wenn morgen dann nur ich einfach ein bisschen können schaffen ja dann muss man zurücklaufen oder einfach schiss dass man nicht fertig muss dann auch schön rum sie haben ein paar hungrer ja das man einfach können dann zum beispiel die rucksack auspacken dann muss man es direkt dahinter legen gehen wir da zurück also 1 und 2 schon länger gelust wir brauchen das nicht doch dann hast du gereicht definitiv östermin hopps hopps feuer normalerweise ist sie kein glascher dafür guck mich nicht grad führe mir dann gehen einfach so weiter gleich schon mal durch und rappel und aber voller 5 6 schluch&linde etwas weil den steher da verschehen Wir setzen jetzt mal Heu ein, wirklich nicht nur eine Mähe, mir aber schon ein bisschen mehr nur, wenn du das verstehst, werde ich schmecken. Heu und dann noch da. Voilà, so an dem Muster ungefähr stellen ich da mal überall hin. Das ist nicht ganz was du nennen, mir wenigstens erkannt den Du, was ein Farkel oder so. Ich schmeck dir tut ein Haarlemmer, mach nur ein Fenklang, hütt raus. Heu, die Platze, wo definitiv noch komplett leichter sind. Ich weiß, dass das nicht wert helfen hat. Das ist einfach... Für die Stimmung. Für die Screenshots, nein, nicht mehr. Es soll ein bisschen helfen. Nicht ein Heu suche unter dem Haus, das ist ein Platz, wo sie ganz gerne aber immer spawnen. Zum Beispiel. Unter dem Haus kann ich natürlich so ein bisschen mir ohne Näh machen. Da schau mal länger, wenn ich rauskriege, das wäre so gut. Da tun wir schon ein spanniges Ponders. Oh, ja. Rande um den, raus heimern. Oh, und ich schmecken, dass wir schon über Zeit sind. Boah. Das ist ein wenig gewöhnlich. Ich weiß nicht, wie wir in Zeiten holen. Also die Mauer, die bringt das, Leute. Guck dir das dort nun. Es ist gut, dass wir noch ein bisschen auf nichts gewahrt haben. Ihr wisst genau, was wir wollen. Das wird noch das Screenshot da. Guck mal, das Screenshot von der Episode. Und ja. Das ist das. Das ist das. Und schenkt, wie Wandaver schon ein bisschen wirkt, wenn wir die Karte machen. Guck mal, es sind noch immer Polmonstern da an dem Ecke. Immer an dem Ecke. Da muss man dann doch ein bisschen abschließen. Hier im Pfalzbahn und so ein bisschen. Pop, pop, pop. Mir wird schon okay zu sehen. Funktioniert so zuhört. Da können wir auch noch einen hier stellen. Alle, ich muss auch partner. Alle, Leute. Bis nächste Mal. Bis so.